Soll ich dir einen Hahn kaufen? Entschuldigung. Meine Rippchen sind schon so weit. Ich sind hier nicht auf dem Punkt und werde angeschnitten, verliere ich Geld. Dann kann ich mit deiner Mutter nach Vegas zur Blue Man Group. Möchtest du ihr eröffnen, dass sie die blauen Trottel da nicht sehen kann? Also ich bestimmt nicht. Ich muss dir hier helfen, seit ich zwei bin. Ich weiß, was ich tue. Ich will keinen Streit hier hinten. Elijah versaut die Rippchen, er gönnt dir Vegas wohl nicht. Das ist Unsinn. Das will ich schwer hoffen. Was war denn gestern Nachmittag los mit dir? Tut mir leid, ich hatte zu tun. Du hast doch selbst gesagt, du stellst dieses Wein-Ding nicht über deine Arbeit. Ich hab mich erkundigt, wie ich Sommelier werden kann. Du willst Afrikaner werden? Eine Art Pirat? Nein, ihr meint Somalia. Kelly Kendricks letzter Typ war Somalia. Hat ihre Identität geklaut. Wie geht's ihr? Weiß ich nicht. Ich misch mich nicht in fremder Leute-Kram ein. Warum erwähnst du es dann? Heute seid doch mal so. Warum erwähnst du es? Also, Wein ist dein Ding? Ja, ich denke. Für große Reisen gab es bei uns kein Geld. Wenn ich ein Wein trinke aus Frankreich oder aus Spanien, ist das wie dort zu sein. Aber mein Vater will, dass ich das Restaurant übernehme. Ihr habt die Alarmanlage ausgelöst. Sie ist schon reingegangen, bevor ich deaktiviert habe. Wer ist sie? Das ist Tanja. Tanja ist meine... Naja, wenn ich hier mit dir putze, bin ich wohl besser deine Freundin. Kann man wohl sagen. Mein ganzes Leben weiß ich schon, wie meine Zukunft aussehen soll. Und wenn er den Laden nicht übernimmt, wer wird sich dann mal darum kümmern? Er braucht die Chance, das rauszufinden. Aber ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Ein hauch neuer Eichel. Schwache bis mittlere Säure. Die Traube hat da entkühltes Klima. Alte Welt. Er stammt aus Frankreich. Es handelt sich um ein... Der Wein ist Olivier Le Fleuve Le Santé Chardonnay. Er benutzt meinen Lieblingsbecher als Spucknapf? Ich werde den Laden nicht übernehmen. Weißt du, wie hart dein Großvater für dieses Restaurant gearbeitet hat? Dieser Ort ist historisch. Frankie Beverly hat einen Schlaganfall dort. Mhm. Und dann kommt der Junge und wirft alles weg. Er wirft ja nicht dich weg, Luis. Seitdem ich auf diese Schule gehe, machst du mir das Leben schwer. Weil du denkst, du bist was Besseres. Es wird die Theorie geprüft. Was, wenn rauskommt, dass ich es nicht drauf habe? Elijah, das ist dein Leben. Und am Ende des Tages bist du es, der es gerne leben muss. Wie soll man sich zwischen Familie und seinem Traum entscheiden? Es gibt immer irgendwelche Gründe, etwas nicht zu machen, aber... Wenn du es willst, Baby, dann musst du da hin. Wenn du rotes Fleisch machst, wähl Pinot Noir. Zu hellem Fleisch, wähl Albert Bichaud Mouton. Oh, Mouton. Weißt du, dass der Edel ist wegen der Kursivschrift? Ja. Wenn du rotes Fleisch machst, würdet du weiterxtert. Bis zum nächsten Mal.